Da oben, siehst du sie? Ja, die Namen leuchten einfach voll. Ja, 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 Alter. Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Titan 2 mit dem Freaks-Apple. Hallöchen! So, und wir gehen in 3, 2, 1 jetzt auf den Server. Im Moment sind, ich glaube, Enyard und Killer drauf. Ja, drauf. Drauf. Und, ähm, ja, erstmal schreiben wir, hey, und, ähm, ja, wir bauen uns jetzt quasi, wir bauen hier, warte mal, wir müssen warte, lass mal eben schnell den Kram hier eben kurz abholen. Warte, lass mal eben, äh, den Crafting-Table benutzen. Warte, 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 warte. Warte, wir müssen irgendwie die guten Sachen aufnehmen. Ich hab mir noch ganz eben die Spitzhack gemacht. Oh, hier ist die Citrine. Warte, hast du noch Platz im Safe-Inventory? Äh, ich will, ja, also ich guck gerade. Hast du noch irgendwie... Ich packe den Rucksack da auf jeden Fall hin, den Enchanting-Table packe ich da hin. Ja, so, okay, zack, weil, jetzt geht's in die heiße Phase, hab ich gehört. Ähm, in die richtig hotte Phase. Hast du die Diäufe mit alles im, äh, Safe? Ähm, ja, aber die passen bei mir nicht so ganz rein. Hier, passen die bei dir noch rein? Ja, ich hab noch, äh, einen Platz frei. Okay, gut. Dann, ähm, ja, den Rest lassen wir stehen bis auf das hier. Das nehm ich mal eben schnell mit. So, okay, und jetzt geht's los. Ach, warte, warte, warte. Die nehmen wir auch noch mit. Warte mal, ja, genau. Ähm, wo, wo sind wir denn das letzte Mal hier schnell hochgegangen? Hast du, du hast gar keinen Platz mehr im Safe-Inventory? Nein, hab ich nicht. Null Platz. Ich guck eben, ob ich irgendwas aus dem Rucksack rausschmeißen kann. Kann ich? Brauchen wir, äh, Essen auf keinen Fall wegschmeißen. Was hast denn du noch? Hast du noch Leder? Ähm, warte mal. Schnell gucken. Warte, ich guck mal schnell in unserem Rucksack. So, okay, ähm, nee, hab ich nicht. Warte, ich hab noch einen Platz im Rucksack. Komm jetzt schnell her, schmeiß rein. So, wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Hier, dann, äh, warte die beiden, ups, die beiden in den Rucksack. So, weil wir möchten heute mal etwas sehr verrücktes mal wieder machen. Oh, kacke, ich hab, äh, gar kein Essen. So, okay, egal. So, zack. Okay, nice. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was hab ich jetzt? Ja, nee, kein Essen ist sich so egal. Oh, nein. Ah, fuck, Alter. So. Scheiße, Mann. Wieso schmeißt du denn immer den scheiß Rucksack raus? Jedes Mal, wenn ich auf Safe Inventory klicke. So, okay. So, zack. So, okay. Done. Geht es jetzt los. Wir rennen jetzt ganz schnell nach oben. Wir wollen nämlich jetzt wirklich mega flott die Karotte an die Oberfläche. Ich weiß bloß nicht mehr, wo genau wir hier lang sind. Deswegen gehen wir hier jetzt einfach hier hoch. Guck mal, Justin. Bist du hinter mir? Ja. Äh, genau. Okay, genau. Ich mach, ich setz hier jetzt einfach mal fucking scheißegal. Okay, ähm, hier geht es anscheinend noch ein Stück. Warte, hier geht es noch weiter hoch. So, okay. Und, ähm, zwar wollen wir heute ein bisschen kämpfen. Naja, wir wollen ja hier jetzt kein kleines Geheimnis drum machen und zwar gegen die zwei Persönchen, die gerade noch auf dem Server sind. Ähm, deswegen müssen wir jetzt schnell an die Oberfläche. Und, ähm, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich und Justin sind so übertrieben angespannt. Äh, übrigens noch mal einmal kurz, ähm, was ich noch mal einmal kurz anmerken wollte. Ich hatte gesehen, wir haben heute die Folge, äh, den Tag, wo die Folge 14 rauskam, ähm, wo wir nicht gegen Venation kämpfen wollten. Nochmal so als keine Anmerkung. Wir wären dann verreckt. Das wär dumm gewesen. Ja, das, äh... Deswegen haben wir uns nicht auf den Fight eingelassen halt. Das ist halt einfach... Die Sache, ich mach erst mal die Dings, da muss da die Korts an. Okay, wir müssen... Warte mal. Warte mal. Ach nee. Hä, wir müssten aber... Oh, ich hör die Schafe schon. Ja, ich auch. Da oben oder so. Oh, hier, warte, hier ist die. Hier geht's hoch. Okay, warte. Ja komm, alle, bau ich einfach gerade hoch. Baust du dich neben mich hoch? Ja. Ja, okay, fuck, warte. So, schnell. Ich schmeiß jetzt einfach die Federn weg, ne? Ist ja egal. Ich schmeiß erst mal das weg, was jetzt gerade unnötig ist. Federn seh ich jetzt gerade nicht so unbedingt als nötig. So. Ja, ich hab die ins Set und Toy gepackt wegen Pfeile. Okay, so. So, ja, egal. Gut. Ähm, ich hab da was. Okay, wir müssen, warte mal, in die Richtung und die Richtung. So, nach da müssen wir ungefähr laufen. So. Ach nee, warte mal, wir müssen nach da laufen. Warte. Nach hier. So. Okay, ich hab's jetzt. Du koordinatst, das ist immer das Beste. Ja, ich hab's jetzt. So. Okay, und zwar, ähm, ja, haben wir uns halt ein bisschen abgesprochen, weil ich und, äh, wir wollten halt uns gegenseitig jetzt ein bisschen snipen. Ähm, und deswegen, wir sind gespannt. Wir sind richtig gespannt. Ich hoffe, ihr auch. So, als Zuschauer. Und, ähm, ja, puh. Ja, vor allem weiß man halt auch nicht, wie die gerade ausgerüstet sind genau, weil ich hoffe... Ich hoffe, ja, vor allem die wissen nicht, wie wir genau ausgerüstet sind und wir wissen nicht genau, wie die ausgerüstet sind. Das ist halt wirklich das Verrückte. Aber die wissen immerhin, dass wir Full Titan sind. Genau, ähm, okay, wir müssen noch ein ganz, 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 ganz großes Stückchen weiter nach da. Und noch ein Stückchen weiter nach da. Also, wir laufen mal einmal um den Berg herum. Ja. Hätte ich jetzt gedacht. Ja, um rüber wäre ein bisschen doof, weil das extrem lange dauern würde. Ja, beziehungsweise wir müssen jetzt, also quasi, wir müssen eh noch weiter nach da hin. Wir müssen, äh, du kannst ja mal die Koordinaten aufmachen. Wir müssen zum Minus 451 und 223. Deswegen, wir müssen noch ein Stückchen laufen. Boah, Alter, ich bin so angespannt gerade. Die Jungen, Jungen, Jungen. Ey, Freunde der Sonne, das ist echt, also Kämpfe ist so krass krank. Und vor allem die Sache ist ja, wir sind auch nicht geschützt vor anderen Teams. Wir haben uns jetzt extra nicht am Spawn getroffen, damit wir halt, äh, ja, ähm, abgestaubt werden können. Auf gut Deutsch gesagt. Genau. Aber trotzdem ist es halt einfach übertrieben, ähm, krass jetzt hier, ja, was halt abgehen kann, so. Ja, Gott. Okay. Wir sind gleich bei der zweiten Koordinate schon richtig und dann müssen wir nur noch ein Stück nach da rennen. So. Welcher müssen wir zum Minus 300, also, äh, Minus 400, Minus 451 und Minus, ja, 200, 3, äh, 223. Okay. So, okay. Also noch etwa 300 Becken nach da. Ja, und wir müssen auch dann bald auf die treffen. Also, die, ähm, wissen natürlich auch Bescheid. Okay, nicht. Ja, und, ähm, oh Gott, guck mal, da oben. Ja. Warte, sind auf dem Weg. Boah, Leute, wir sind gleich da. Okay, ich hab jetzt nur ein Fleisch. Echt? Warte mal, ich drop dir ein bisschen was. Äh, ich, hier, Erde weg. Gut. Ich hab noch 10 Millionen Fleisch in meinem Inventar. Äh, ich nicht, weil du das alles rausgenommen hattest und ich hatte halt, äh, ich hatte, äh, einmal 5 und einmal 2. Oh, Entschuldigung, oh Scheiße, wir sind zu weit nach da gelaufen. Hä? Oh Gott. Ja, ist ja nicht so schlimm. Oh Gott, ey. Wir sind gleich da. Scheiß die Wand an. Ja, arm car. Ich hab aber echt, teilweise ruckelt's bei mir. Echt? Nee, das ist scheiße. Das wär jetzt schlecht. Nicht doll, aber, also, so ein Mikroruchter hab ich so, äh, alle paar Sekunden mal. What's going on bei der, bei your Ratterkiste, ey? Ja, ich weiß es auch nicht. Das, äh, hatte ich sonst nie. Jetzt sehe ich es aber auch gerade extrem. Ja, okay. Gut, warte mal hier eben kurz nach die Spinnekellen, bevor die uns jetzt hier noch angreift und, oh Gott, was ist das denn hier? Pass auf, Walter. Das ist eine Falle irgendwie gewesen anscheinend. Ja, aber, wohl irgendwie entschärft oder so. So, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir müssen sie, Pass auf, weil die haben ihre Koordinaten geschrieben. Das könnte eine Falle sein. Das glaube ich nicht. Dass sie sich verstecken und uns von hinten angreifen. Ja, meinst du? Okay, wir sind bald da. Und zwar laufen wir ein ganz klein wenig außen rum. Wir sind echt richtig dicht dran. So, okay. Wir sind bei, so, wir sind jetzt da fast. Also, wir müssen noch ein ganz klein bisschen, oh Gott, hier ist Wasser. Da oben, siehst du sie? Ja. Die Narben leuchten einfach voll. Ja, 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 Alter. Ja, die sind, die sind auch fast voll Titan. Apfel? Ah, ich würde sagen, jetzt noch gar nicht, oder? Wie lange hält der denn? Weißt du das? Ähm, ja, die Herzen halten, ich glaube, zwei, drei Minuten. Ich bin mir nicht sicher. Dann lass das, lass, lass den nehmen, oder? Wir haben ja drei Stück. Und dann rüber sprinten, würde ich sagen. Oder soll ich mal den ersten Schuss? Ja, rüber sprinten wäre vielleicht gar nicht mal so die geile Idee, weil wenn die uns dann von den, äh, Seerosen runterschießen, sind wir im Wasser. Also, dann können die uns Boomstocki gerade mal den ersten Schuss reingedonnert. Oh Gott, Killer meint auch schon direkt los zu schießen. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Ich hab nicht ganz so viel, also ich hab 25 noch, aber ich will jetzt nicht alles verstanden. Ich hab 23, so. Okay, jetzt ist die Frage. Oh Gott, da, warte, er schießt, aber er trifft nicht. Ich will eigentlich wissen, wie viel er abzieht. Wie viel Herzen. Ah. Ja, das ist halt so das Problem, wenn wir jetzt rüber gehen, könnten die uns von den Seerosen runterschießen und dann sind wir im Wasser. Ja, oder wir gehen, warte mal, wir gehen da hinten außenrum über diese Insel, aber da sind auch wieder Seerosen. Ja, nee, ähm, sonst lass uns zur Not einfach echt rüber laufen. Ja, dann, warte, dann nehmen Apfel und rennen rüber. Wow. Justin. Äh. Dann nehmen wir Apfel, rennen rüber und gehen los, okay? Aber geht ziemlich weit rüber, quasi. Ein Herz hat er mir gezogen. Wie viel zieht der? Okay, ein Herz. Okay. Wie so geht. Ja, gut. Geht voll klar. Wollen wir machen? Apfel? Und rüber? Wir müssen jetzt anfangen. Wir haben nicht mehr so viel. Okay, gut, dann essen, essen, essen. So, und schnell rüber. Lauf. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, okay, jetzt fokussen, fokussen. Killer fokussen. Justin? Ja. Oh, Schatz. Fuck, auf wen gehen wir? Killer fokussen. Killer, 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 killer. Oh Gott, pass auf, bumm, sie kommt von hinten. Oh Gott, wartet dann jetzt Bumstoggie? Ich glaube, der hat nicht mehr so viel. Der muss laufen. Fuck, das Wasser, warte. Er hat einen Goldaffel gegessen. Oh shit. Oh Gott, Killer ist wieder hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bumstoggie? Oh Gott, warte, ich esse noch einen Apfel. Justin, pass auf. Ja, 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 ja. Nein, ach du fucke, ach du scheiße. Nein, alter, ich hab noch ein Herz. Was? Nein, lauf. Oh Gott, ich hab nur noch ein Herz. Alter, 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 alter. Ist noch jemand hinter mir? Justin? Nee, aber hinter mir. Fuck, okay. So, zack, schnell. Ich hab jetzt einen von den beiden gebo-spampt ohne Ende. So, okay, ich bin wieder fast voll gewaggt. Also zumindest einigermaßen. Ach komm, ich scheiße, ruf ich echt den zweiten Apfel und rein nach. Ja, komm, dann jetzt rein, 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 bevor die sich noch so mega krass hochwaggen. Ja, die haben halt auch Goldäpfel. Oh Gott, wir werden in fünf Minuten gekickt. Oh Gott, oh Gott, alter Bumstoggie hat grad richtig die Kombo verteilt. Ich hab Killer grad ein bisschen, alter Killer gibt mir grad richtig hart. Warte, 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 ich esse noch einen Goldapfel. Alter, ich bin so nervös und ich zitter grad einfach nur. Ja, ich auch, deswegen, ich zitter grad mit der Maus rum ohne Ende. Oh Gott. Ja, ich hab Killer. Pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt Bumstoggie. Ja. 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 Alter, wir haben es geschafft. Wow. Wow, alter. Boah, Digga. Oh, Alter, ich hab drei Goldäpfel gebrochen. Ich hab drei Goldäpfel gebrochen, alter, what the fuck. Wow, Jungs. Okay. Schnell, die Rüstung, die Rüstung. Warten, hatten die einen Rucksack? Äh. Bestimmt im Safe Inventory. Ja, ja, stimmt. Warte mal, hatten die Leder? Warte, die hatten eine Dia-Axt. Ich nehm mal einfach eine Diamant-Axt. Warte, die haben noch zwei Leder. Warte, ich mach schnell mal einen Rucksack, okay? Ja, auf jeden Fall die ganze Titan-Rüstung hier wegsnacken. Ja, deswegen, die brauchen wir ja. Okay, ich hab das Schwert von denen. Das Holz behalte ich mal. Fuck, ich mach mal eben ganz schnell so ein Big Pack hier. Hä, warte mal, wie macht man das nochmal? Scheiße. Die müssen aufpassen, nicht, dass die gleich kommen, ne? Gut, die haben jetzt, werden nicht, äh... Okay, gibst du mir einen, hast du noch ein Gold gerade? Kannst du mir das mal schnell zuschmeißen? Ich hab 45 Gold, ja. Kannst du mir mal schnell eins zuschmeißen? Ich hab da einfach alles hingeschmissen. Danke. Das ist die T-Schwör, äh, Schwort. Schwert brauch ich gar nicht. So, okay, ich schmeiß jetzt erstmal ganz schnell alles in den Big Pack rein. Alter. Ich hab echt den ganzen Kampf nur gezittert, ne? Ich hab teilweise nicht gekocht, weil ich gezittert habe. Warte mal, Justin, kannst du mal eben kurz mein Big Pack da in den Safe-Inventory tun? Äh. Oh Gott. Ich werf einfach das Zitrinschwert aus meinem Safe-Inventory und da sind jetzt beide Rucksäcke drin. Brauchen wir einfach irgendwas da? Ich nehm noch die Titan-Kohle mit. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab deren Schwert. Ich hab auch ein Schwert von denen. Ich hab aber nur Sharpness 2. Ich hab Sharpness 4. Nice, jetzt haben wir beide Sharpness 4. Weil ich auch schon Sharpness 4 hatte. Nice, Alter. JJ. Boah, ey. Okay, ich schmeiß jetzt erstmal so Lapis, mein Schwert, Zitrinen, Feuerzeug, Kohle, Kohle, Kohle. Okay. Ähm, was haben wir denn hier noch? Die hatten da noch Zitrin. Die Spinnenaugen. Die Spinnenaugen. Die Spinnenaugen. Weil wir das für Tränke brauchen. Okay. Jetzt dann brauchen wir die nicht. Oh, hier liegt noch ne Dia-Ding irgendwie. Ach nee. Hier Spitzack hab ich von denen auch schon mitgenommen. Okay, so. Ich schmeiß jetzt zusammen. Und sonst noch irgendwas? Okay, so. Haben wir jetzt. Warte mal. Der war Essen. Warte, Milonen. Ja, Milonen. Die hab ich weggeschmissen vorhin. Ich nehm die mit. Oh, Alter. Na, ich dachte jetzt gerade echt. Also einmal war es richtig knapp. Also wirklich GG. Ja, wenn du nur noch ein Herz hattest. Also das war richtig knapp. Ja, die haben dich richtig gefokust. Ja, ja. Ich bin echt nur hinterher gelaufen und hab auf die draufgehauen und die haben dich gefokust. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ich war halt echt noch überhelfen voll. Das ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen. Weil so konntest du die dann und ich mal eben ganz schnell weg. Und dann haben die dich wieder gefokust. Ich schnell noch nen Apfel rein. Die haben Fallschirm gehabt. Nice. Das ist gut. Ich hab nen Fallschirm. Nice. Okay, so. Brauchen wir sonst noch was von hier? Äh, ich glaube nicht. Hier ist noch ein Wassereimer. Hab ich aber. Boah, Jungs, ey. Die Ritzstone, die einfach hatten. Alter. Scheiß, die waren da. Oh, Mann. Okay, hier liegt noch ein Zitrinschwert. Warte mal, das könnte man... Ich hab das weggeschmissen, weil ich... Das ist mit Päuschen. Das Zitrinschwert. Aber... So, ich baller das jetzt einfach nochmal in Safe. Und was man halt machen könnte beim Kämpfen ist so einmal mit dem Zitrinschwert am Anfang schlagen und dann halt mit dem Titan-Schwert weiter drauf gehen. Schwert, ja. Aber das ist ja komisch, dass die auf... Ja, aber es war echt krass. Also, die haben uns fast geackt, Alter. Heftig, heftig, ey. Ja, wir haben keine Diamant-Äpfel mehr. Ja. Gut, wir brauchen nur Diamanten, dann kann ich noch drei neue machen. Oder... Also, wir sollten wahrscheinlich auch jetzt bald Äpfel farben. Fresh Tea, großen Mutterficker. Ich hab einfach... Hier, guck dir mal die Platte an. Ich hab ne Platte Fresh Tea. Oh, Mann, ey. Ich... Oh, Mann. Moment, Moment, halt. Aber so ein Päuschen... Aber wie... Wie, äh, bumm, wie das gemacht hat. Ganz ehrlich, ich hab die Zitrilrüstung jetzt einfach weg. Ich kann ja jetzt hier, äh, die Titan-Rüstung oben ins Safe packen. Hast du die Schuhe beide? Ähm, warte mal. Ich schaue kurz. Die Schuhe hab ich gar nicht. Titan-Schuhe. Ich hab, äh... Vielleicht hatten die auch keine Titan-Schuhe. Ich hab zwei Brustpanzer, zwei Helme und, äh, nur... Ach nee, die hatten keine Titan-Schuhe. Ich hab eine Hose noch. Ja, und ich hab eine Hose. Und Titan-Schuhe hatten die gar nicht. Okay, nice. Also, wir haben die ganze Titan-Rüstung. Also, dann haben wir eine Full-Titan-Rüstung nochmal für... Für jeden von uns. Ja, für jeden von uns. Alter, geil. Also, außer die Schuhe halt, aber die können wir uns machen. Okay, warte, hier liegt noch ein bisschen Zitrinen rum. Ich probier mal, alles Mögliche... Ist das Glowstone? ...gerade noch aufzunehmen. Ja, ich hab Glowstone Dust, hab ich. Ja, hier liegt auch noch was. Warte mal. Oder ist es doch kein Glowstone Dust? Doch, das ist Glowstone Dust. Okay, shit. Warte, ich will Essen auf keinen Fall wegschmeißen. Hier hab ich auch eins weggeschmissen. Ich nehme jedes mit, was ich finden kann. Okay. Puh. Weil Essen haben wir halt echt zu wenig. Wir werden jetzt gekickt, Justin. Ja. So. Ich hab halt nur gezittert den ganzen Kampf, ne? Alter, ich auch. Ich hab so mit der Maus rumgeruckelt. Ja, ich auch. Ich hab die teilweise nicht getroffen. Puh, Alter, ich auch nicht. Heftig krass auf jeden Fall. Aber man muss sagen, die waren auch echt gar nicht so schlecht ausgerüstet. Ja. Krass auf jeden Fall. Also, wir sehen uns in der nächsten Titan-Folge. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.